Willkommen bei Heavy Tool AG in Amriswil. Wir sind der Werkzeug- und Formenbauspezialist für die kunststoffverarbeitende Industrie. Unsere neue HSC 55 Linear bietet einen 24 Stunden Workflow auf 5 Achsen für 60 unterschiedliche Teile mit 120 Werkzeugen. Neben den klassischen CNC-Arbeitsplätzen steht für große Werkstücke eine HSC 105 Linear zur Verfügung. Bei sehr anspruchsvollen Oberflächengüten verwenden wir Grafit-Elektroden, welche mit einem speziellen Technologieverfahren erodiert werden. Mit modernen CAD-CAM-Systemen programmieren wir 3D-Daten für Fräs- und Erodierarbeiten. Außerdem haben wir einen eigenen Konstrukteur an Bord. Unser schlagkräftiges Team setzt auf höchste Qualität. Profitieren Sie von unseren Stärken, Know-how, Präzision, Innovation, Flexibilität und Termintreue. Fordern Sie uns heraus. Nichts ist uns zu heavy.